Moin! Von Mechasdorf nach Klausdorf. Ein Rundgang. Hier sind meine Hochbauten. Der Mechasdorfer Bahnhof. VT 98 steht da schon startbereit. Mechasdorf ist sehr industriell geprägt. Es gibt noch viele Industrieanlagen bei mir. Der Schatten ist vom scheiß Rollladen. Hier steht gerade Bahnhofswagen. Gehen wir weiter. Der nächste Wagen ist in der Beladung. Kommen wir jetzt im Vorfeld ein paar Glasbauarbeiter in die Gänge. Der Mechasdorfer-Kleinbahn. Der Mechasdorfer-Kleinbahn ist unter Mechasdorfer-Kleinbahn. Genau. Die Lok der MKB. Die vorne oder eins. Ja, überall wird ein bisschen gearbeitet. Auch im Lockschuppen. Wenn ich fällt, ist es echt scheiße mit Monk. Auf den Rundgang rechts. Ich mache sowieso das Freihand mit dem Handy. Ja. Und eine Kuhwiese. Das Münchnerstorfer Viadukt. Hier kommen wir so rum. Hier um die Bauarbeiten beginnen, wird die Zufahrt zum Schattenbahnhof. Das ist ein Bahnhof, in dem man Züge anparken kann. Ja. Hier geht es hier so rum. Sehr ländlich geprägt. Post 19. Mitten in der Warnachrei. An der tollen Böcke. Geht es hier so rüber. Hier ist der Kopf noch mein Hund. Leppi! Die Brüder überhaupt keinen Bock auf mich hat. Ja, dann kommen wir hier zum Hafen auch schon. Haben wir die totale so. Das wollte ich noch aus. Die Auktionshalle. Mega geile Backhaas. Hafenkorn. Da komme ich nach Klausdorf. Klausdorf ist sehr verwaltet. Bei aller Hochbauten selbst. Und dann ganz zufrieden. Bis dann. Das war's. Das war's. Das war's.